einen wunderschönen guten morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen kanal irgendwann im letzten jahrtausend wurde ich mal auf den namen maverick getauft und wir wollen hier gemeinsam spielen im moment spielen wir wieder unser wunderschönes fallout 3 befinden uns gerade in arefu und sollen uns jetzt bei ich hab vergessen wie er heißt evan king sollen uns jetzt bei evan king melden mal gucken was der so für uns hat ich würde sagen viel spaß beim video und auf unser abenteuer so ich habe den rapid feier mod noch zum oder den 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 selekte feier mod noch zum laufen gekriegt gestern man sieht es oben in der bildschirmecke auto burst safe nicht singe tschuldigung autoburst und singe feier kann ich hier wenn ich über das noch wenn ich die waffe weg stecke und dann drücke kann ich das ding einstellen kann hier die red of fire einstellen was für ein börster schießen soll three round first two round first ich würde fast sagen für wetz reichten two round first naja war ein trier und das ist realistisch denke ich mal so das heißt wir können die waffen jetzt auch manuell einstellen wie sie schießen sollen finde ich eine ziemlich freie sache da könnten jetzt tatsächlich dann sogar mal sturmgewehr spaß machen die hier ja sonst einfach totale muni fresser sind machen wir es denn hatte ich nicht nur ist heute reife ok ich dachte ich hätte eine ist heute reife aber gut dann haben wir wohl keine ist auch nicht so schlimm können wir dann noch mal gucken aber gucken was mussten wir dann noch mal machen blatt als reporter evan king ja dann auf zu evan king das ist der da vorne mal gucken was er so zu erzählen hat die familie muss sie beim letzten angriff haben sie sind leider tot das sind doch bestimmt papiere oder so spaß wo finde ich die östlichen nordöstlich okay ich kann die nachricht nicht okay ich würde sagen wir gehen zu wir gehen zu evan kümmern uns darum okay die familie ja wo ging es hier raus hier ging es raus ich würde sagen wir gehen mal evan besuchen und die familie erschießen genau genau ich 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist er denn? Ist halt aus wie ein Protektor, oder? Ist es eins? Es ist eins. Was macht das Protektor hier? Ja, ist genauso einfach zerstörbar wie die in der Fabrik neulich. Okay. 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 soll ich hier trinken? Hier ist kein Wasser drin. Seltsam. Naja. Da läuft ein Traveller. Die Hütte da vorne sieht aus, als ob man da rein kann. Ich würde sagen, das sollten wir mal ausprobieren, wa? Oh, hier ist auch eine Metrostation. Metrostation sind immer schön. Huch, was ist das hier? Ah, okay, alles klar. Oh, toll. Super. Northwest Seneca Metro. Die dürfen weiterleben. Kappe Joe. Gucken wir uns mal Kappe Joe an. Oh Gott, oh Gott. Hier ist aber dunkel. Machen wir mal ein Licht an. So. Was hatten wir gesagt? Hat die Jukebox gerade erst auf radio-statische Geräusche gemacht? Egal. Was hatten wir gesagt? Wir brauchen Tappentine, ne? Hoffentlich hat der sowas. Ach, hier hast du ja Kasse. Pre-war Money. Lohnt sich das? Naja, immerhin 10 für was nichts wiegt. Das ist okay. TV-Set. Cup. Milch brauchen wir nicht. Hier hinten gibt es bestimmt Terpentine irgendwo. Abraxocleaner, ganz viel Abraxocleaner. Cuppe Joe House. Coffee Pot. Abraxocleaner gibt Kohle. Coffee Pot brauche ich nicht. Cuppe Joe's. Dirty Water. Ja, komm. Noch mehr Dirty Water. Sprecher Maschinen. Lohnt sich nicht wirklich. Ist das Cuppe Joe? Empty with... Da ist Tappentine. Ne, Pack of Cigarettes. Schade. Oh, Pre-war Money. Pre-war Money lohnt sich. Das lohnt sich sowieso. Gut gebaut, die Toilettentür, dass die bei der Schräglage noch aufgeht und vor allem zu bleibt. Schade. Kein Terpentine gefunden. Nur Skeletons, die man aufmachen kann. Mal sehen, was es hier drin gibt. Liberty Loans Porn Shop. God, oh God, oh God. Telefon, ja nie ist klar. Hä? Hä? Habe ich nicht gerade eine Stimme gehört? Habe ich gerade eine Stimme gehört? Boah! Kann ich den Misser rauskriegen? Oh, äh, das war nicht so clever. Ich dachte, damit kriege ich vielleicht den Alarm aus. Hm. Ach, wieder überladen. Verdammt. ... also, ja. Ach wieder überladen, verdammt. geht nicht nichts wie raus hier ist ja wahnsinnig Teenagers von Computerspiel auch mal was Neues The Doghouse alright we hatte mich gerade erst davon stimmelte moros hatte na gut von mir aus fahrstuhl ist doch cool die nuka-cola lamp so ist bloß ein volt boy toy boy toy schade ich noch ein paar punkte gebracht aber das weil es eindeutig dass wir hier in amerika sind nur in amerika liegt okay okay ist nie verkehrt nur in amerika liegt auch ein kippen noch ein ruck ist ja noch mehr ruck ist okay nur amerika liegt in jedem jedem schreibtischschrank irgendwo eine knarre oder money oder so was ist nur in amerika so den gast hängen lassen wir weg der ist auch zu schwer und die paint kann auch wir sind schon wieder sehr schwer wir müssen nicht schon mal wieder zurück aber erstmal in den second schluch überall diese blöden alarm sirenen ich glaub's dir nicht so Oh. Wie schon mal wäre, dass diese Alarm-Sirene geringfügig, ich sag mal unschön ist. Ich mag das. Da liegen wir gestreutete Protect-Transform. Muni geht eigentlich immer, ne? Also Muni kann ich gar nicht genug von haben. Kronkorn geht auch immer. Kostanzigaretten, ja. Das ganze Ding aus Gold nur drei wert, supi. Hier hängt auch nirgends vor irgendjemand so. Och, geht das? Geht mir so mit Nerven, ey. Mieee. Mieee. Hab ich gesagt, wir werden uns das Getute im Wort noch zurückwünschen. Ja. Ja. Jetzt. Achso, das ist alles einer. Okay. Klatsch. Platt gemacht. Verbrannte Bücher bringen nicht viel. Könnte man hier noch woanders hin, das ging nur nach unten, ne? Ja. Ja. Was findest du denn von mir? So. Ja. Fallout 3, auch bekannt als der Kleinstzeug-Tothau-und-Dreh-Simulator. Ich hoffe, dass es noch so geht, ein bisschen schneller. Waren wir hier schon? Wodka. So, noch ein Hula-Girl. ok und die einbrauchbares buch drin war wel wird elvis scheint geld zu bringen her damit ich will überladen macht nicht wir schmeißen den flammenwerfer mal weg liberty prime toy nuka cola fridge toy nuka cola piggy bank mammoth toy coole sachen die uhr kann ich nicht klauen die 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 Okay, schön hier. Hunting Rifle lohnt sich halt nicht immer. Wir schlafen noch ein paar Stündchen. Geht's hier hin? Okay. Nee, die brauche ich nicht. Coca-Cola. Metro Ticket, die bringen Geld. Nix drin, was sich lohnen würde. Guck mal, da wächst schon ein Baum im Haus. Achso, das ist eine Toppflanze. Okay. Mal sehen, wo es hier hin geht. Achso, das ist das Treppenhaus. Okay. Ah, das war der Hintereingang, wo wir vorhin vorstanden, vermute ich mal. Ja, das war der Hintereingang, oder? Nee. Die kleinen Magazine, die bringen wenigstens Kohle. Das bringt auch Kohle. Der auch. Vase ist okay. Vase ist aber schon wieder zu schwer, wa? Ja. Der Kühlschrank bringt nicht genug Geld. Das muss sich ja schon irgendwo lohnen, ne? Sonst kann man das so wieder wegschmeißen. Richtig? Richtig. 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 Ich hab's geschlossen. Ich hab' das Geldgeschoss. Du bist kein Trader, oder? Nee, ja. Ich hab' immer Traveler. Shepard Tent, free clinic. Gucken wir mal rein. Schön, dass die Dings hier mir Zigaretten anbietet. Das Problem ist, dass sich das meiste nicht rentiert. Ein bisschen müde bin ich auch schon. Das ist das meiste, dass sich einfach nicht rentiert mit Eisesacken und mitzunehmen. Aber gut, Pre-Warm Money lohnt sich auf jeden Fall mitzunehmen. Caps lohnen sich natürlich auch immer. Wenn sich Munition nicht lohnen würde, dann wüsste ich auch nicht. Wer ist er denn? Der ist gemein, der Mensch. Ich mag den Mensch nicht. Ich mag das nicht. Oh, der Ripper hat wesentlich mehr Damage als meine Powerfest, okay. Gut. Oh, der Ripper hat. Wow. Okay. 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 money gibt mir money ich brauche money und ist es ja noch ein radar aufgeschlitzt okay ja prostitution spread syphilis and gonorrhea könnte passieren booby trap syphilis and gonorrhea ok she may be a bag of trouble syphilis and gonorrhea okay von mir aus er ist er hier oder sie da ist noch blatt weg aber schon herausgeholt hier hängt noch einer der ist aber schon leer ok warum wir beim klo verreckt ja auch nicht so das ist ja ja das ist die 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 klinik ist umsonst als ausgleich bringt er halt zehn prozent seiner kunden und versuch vermute ich mal das ist derzeit zu reden das ist ja es ist geräusch 1 von 7 bei landing dann passen die alle nicht anguish könnte gehen 1 von 7 consist consist passt nicht sterile sterile passt auch auch noch einer von sieben ist doch nicht die kreide passt nicht feeling passt nicht sparing passt nicht affront fast nicht camping kerry muss kerry sein ok und Das sind die Nuka-Koda-Lampen mal hier Die haben alle keinen Terpentine, diese Säcke So, wir sind schwer verletzt Mal gucken, ob wir die Familie finden oder vorher drauf gehen Na, hofft, was laden wir halt neu Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt Folgt mir auch gerne auf Twitch Ich streame auch viele andere Dinge, die hier nicht auftauchen Also, quer durch die Bank, War Thunder Eigentlich alles, was ich spiele Rainbow Six Ja, alles Dirt, Rally Alles Und Strategiespiele Die werden hier nicht auftauchen Oder die meisten zumindest nicht Ja, wer sich dafür interessiert, folgt mir gerne auf Twitch Ist unten verlinkt In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe, es hat euch gefallen Und bis zum nächsten Mal That... Ich hör euch mal Ich bin Ich versuche Y tears Ich versuche Ich versuche �